Hey Leute, willkommen zurück zu Zombie Army Trilogie. Ja, wie haben wir es geschehen? Es wird immer brutaler. Es kommen Dämonen und einiges Gesocks dazu. Aber wir müssen immer noch zum Führerbunker die zweite Räulik hier holen. Ich glaube, das wird eine harte Nummer. Wenn ich das probiere, ausgerechnet ich, der Profi-Noob. Okay, aber das habe ich hinterher gerade richtig gesehen. Wir sollen einen Hafen safen. Oder sichern, besser gesagt. Ah, hier ist nix. Okay. Von wegen hier ist nix. Alles klar. Alles klar. Was ist mit euch hier? Nicht so viel. Alles klar. Sind das die normalen Verwesten? Die normalen Lappen? Ja, es sind die normalen. So, Schnitter. Können wir es denn noch? Oder haben wir es verlernst? Wie gesagt, gibt mir wieder ein bisschen Zeit zwischen der letzten Folge und der hier. Ja, man merkt es. Was ist denn jetzt? Leg ab den Helm, Mann. Erstmal wieder kurz ein bisschen eingewöhnen. Hey. Hast du eine Fahrkarte? Offenbar nicht. Also wenn er keine Fahrkarte hat, dann muss man ihn noch hinrichten, ne? So, ganz klar. Schwarzwahrer gibt's hier nicht. Nicht im Schnitter-Express. Ja, mehr oder weniger. Man sagt ja auch, Nerven sparen, Schneebus fahren. Wie man hier sieht. Ah, ja, lang. Der Hafen ist doch safe, oder nicht? Geht's hier ins Boot, oder was? Nein. Moment, Moment. Munition für Panzerfaust. Ich hab da gerade irgendwas gesehen. Okay. Sollen wir die mal so machen? Ähm. Ich war's nicht. Oh. Ja, ganz so safe sind wir hier nicht. Och Mann, was mach ich denn? Scheiße mach ich, was sonst? Ja, die haben wir gesehen. Die fahren jetzt also runter. Oh, ne, das ist ein Netty-Skeletty. Können wir aber wegtreten. Jo. Okay. Die lassen sich nicht ganz so gut wegkicken. Die sind nicht so gerne punchy im Bau. Jawohl. Wo zur Hölle ist Schaufelmann? Ich vermisse Schaufelmann. Wo bist du? Er ist nicht dabei. Kopfschuss. Er lebt. Warum? Warum überleben manche in Headshot? Ich check das nicht. Aber wo zur Hölle war Schaufelmann? Ich vermisse ihn. Er hat noch liegen. Er hat noch liegen. Schön. Betritt das Feldlazarett. Das könnte ungesund werden. So wie alles hier. Aber sieht doch einladend aus hier. Sie haben schön dekoriert für uns. Das war der Exploding Man, oder? Exploding Man. Wow. Wow, 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 wow. Was geht ab? Okay, hier ist ein Beschwörer. Ich glaube, ich habe eben besiege die Beschwörer. Da oben. Da oben. Gib mir den Fokus. Gib mir den Fokus. Komm, gib mir deinen Kopf. Jawohl. Hat mir jetzt nicht gedauert. Ich muss mich echt immer wieder erstmal wieder an. äh, Schnitter. Deutsch wäre jetzt echt eine Option. Ich muss mich jetzt mal wieder an dieses Gang gewöhnen. Und das Soundtrack ist wieder mega gut. Der passt wieder hervorragend. Wenn ich jetzt auch noch Skill hätte, boah, wäre das nice. Ey, dude, hab ich dich nicht gerade gekillt? Das ist jetzt der zweite Dude. Ja, das ist meine Aspirin für dich. Nun wirkst du, als hättest du Kopfschmerzen, Mann. Jetzt jedenfalls nicht mehr. Schaufel, Mann. Jawohl. Da ist er wieder. Gott, ich schaufel, Mann, als letztes töten, weil ich ihn mag. Ja, aber komm, beim nächsten Schaufel, Mann, machen, was? Kopfschuss erlebt. Warum zur Hölle? Warum? Ey, der Umso Nächster aufgetaucht. Was ist los mit euch? Den Snaggeln weiter schön mit dem Fokus weg. Kriegst du deine Tablette? Oh, ja. War jetzt ein bisschen knapp. Aber okay, es hat erreicht. Noch einer? Warte, warte, warte. Der war Loot. Der war Loot. Ja, da ist noch einer aufgetaucht. Pampel da nicht so rum, Mann. Jetzt haben wir ihn. Am zweiten Versuch auf die Distanz. Das ist okay, glaube ich. Ganz knapp. Es hat ganz knapp gereicht. Mittelscheitel hat er jetzt, wenn er Haare hätte. Hätte er sogar einen Mittelscheitel. Das kann man über mich selbst allerdings auch sagen. Ich höre euch doch noch. Ist da noch ein Schaufelmann dabei? Und dann noch ein Selfie-Stick, Mann. Oh, Schnitter, leer. Noch mal zielen. Verflucht noch mal. Oh, hi. Was geht ab? Was geht ab bei euch? MP ja gar keine Muni. Hallo? Soll'n das? Was hast du gerade gesagt? Ah, okay. Doch so viel. Warte, warte. Gebt man die Sniper. Gebt man die Sniper. Okay, Beschwörer haben wir da. Aber ich höre doch hier noch irgendwas rumkrebsen. Alles klar, hier. Komm. Könnt gleich liegen bleiben. Äh, loot. Loot. Voll. Landmin voll. Okay. Ich wette, ihr steht auch rauf, oder? Ja. Das werden wir zu verhindern, wissen. Soll der Kopf sich so komisch drehen? Aller Exorzist. Das ist ein Exorzist, ein Zombie-Kopf, der sich dann auflöst. Okay. Alles mit dir? Du bleibst da liegen. Ja, oder? Ah. Muss ich jetzt in jedes Zelt reingehen und sie kaputt treten, oder was? Ich meine, mach ich gerne. Kein Problem. Ja, ist gut für die Beinmuskulatur. Ja, ist doch ganz klar. Zack. Wenn er jetzt auch gelegentlich mal mit links treten würde, dann würden wir unsere beiden Oberschenkel gleichzeitig trainieren. Ey, der ist nicht fair. Hier ist gar kein Fall drin. Was haben wir hier? Munition. Aber voll. Wofür war die dann? Für den Colt? Ey, ich dachte gerade, der Panzer zieht auf uns. Da hatte ich wohl gerade einen Knick in der Optik. Muss ich wohl meinen Optik-Verstärker nochmal ein bisschen gerade rücken. Ist hier was, oder was? Da ist nix. Ah. Das sieht verdächtig aus. Hier ist aber auch nichts. Ah. Ah, da sind wir wohl rein. Aber ist hier echt gar nichts? In den Ecken hier irgendwo? Oh, Nazi-Gold oder so. Nein. Das ist aber schwach. Was mit dir? Halbe Portion? Können wir dich irgendwie? Nein. Okay. Eherer Bilderrahmen. Hier ist überall gar nichts. Verdächtig. Sehr verdächtig. Irgendwo ist doch hier noch irgendwer, oder? Safe House? Jetzt schon? Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Habe ich verstanden. Da er es ein paar Mal vor sich herumgeröchelt hat, gehe ich davon aus, wir sollen zum Führerbunker? Oh, das sieht nicht gesund aus. Neues Ziel. Alte Zutritt zur Kanzlei. Zur Kanzlei. Mann Schnitter. Jetzt lerne doch mal zielen. Ich sagte, lerne zielen. Hey, jetzt Hammer Time oder was? Das rumzuwackeln. Oh, das nimmt überhand an. Mal schnell eine Grenade reinpflücken. Ich treffe einfach nicht. Was ist los? Schaufelmann. Du hast mir sonst Glück gebracht und jetzt nicht. Oh. Oha. Okay. 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 Machen Abgang. Okay. Hier ist wieder gar kein Platz. Warum lebt der denn noch? Wow. Wow. Ist er explodiert? Nein, ist er nicht. Ah. Fuck. Okay. Das darf ich kein Ding mehr kassieren. Wo kam denn der Exploding Man her? Ja. Ja. Wohin? Hier muss ein Weg hier. Oh. Oh oh. Wow, 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 wow. Wow, fuck. Oh shit. Ey, warum lebe ich noch? Warum zur Hölle bin ich noch am Leben? Wieso? Ist egal. Aus irgendeinem Grund sind wir noch am Leben. Ich habe keine Ahnung, wieso. Aber ist egal. Den Tod kann man nicht töten, ne? Vielleicht deswegen. Ich glaube, das war zu 98,3% Glück. Und die restlichen 1,7% habe ich gerade richtig aufgepasst. Wie auch immer, war die Doofheit der Zombies. Ja. So ungefähr. Anne Franks Klavier. Ah. Immer noch nicht ihr Schlagzeug. Warte mal, eine Luga. Hm. Weiß nicht. Komm, wir nehmen sie jetzt mal mit. Wir gucken die uns mal an. Oh. 16 Schuss. Wow. Wahnsinn. Wir nehmen doch was anderes. Sollen wir jetzt da runter? Oder? Du bleibst hier auch gechillt liegen? Ja. Ich glaube echt, wir sollen da runter. Ja, ja, sollen wir. Okay. Lebt der, oder? Also, lebt der erneut. Wer mal jetzt einen Zombie als Leben bezeichnen kann. Ja gut, es es, nennen wir es es, kann sich ja bewegen. Wir sind im Führerbunker. Oh ja. Jo. Was kommt da raus? Gar nichts? Hä? Was war das denn jetzt? Was zur Hölle war das? Ich schieße auf Degen, jetzt liege ich am Boden. Was? Hä? Was zur Hölle? Darf ich nicht auf die schießen? Oder was? Was? Lag das an dem Ding da über mir? Oder? Ich check's nicht. Ich schieße jetzt mal nicht auf die. Ich hab... Doch. Okay. Diesmal ist mir nichts passiert. Aber warum? Hä? Was zur Hölle war das eben? Kapier ich nicht. Ist mir zu hoch? Der ist ja tot radlos. Oh, sieht ganz cool aus hier. Oh, Gold. Klopap hat er vorbeigelaufen. Fällt er sich mitnehmen? Ah. Erst ging's nicht, dann doch. Merkwürdig. Ich kenn's schon was los hier. Wollte ich grad sagen, aber... ...irgendwie auch nicht. auf jeden Fall war hier mal gut was los. Ich hör da irgendwas ganz komisches. komisches. Oh. Okay. Da, 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 da. Geh doch. Wie lange so Skelette sind, äh, schaffst du gleich das noch. Das ist awesome hier. Was mit ihm? Was mit dem? Nix. Okay. Jetzt zählt er was Headshot. Okay. Ah. Das ist interessant. Müssen wir den überhaupt hin? Ja, das Telefon klingelt, aber ich hab keine Zeit, da ranzugehen. Oh. Wir können da aber rangehen. Äh. Okay. Ich geh da mal weiter. Da gab's ne Errungenschaft für. Antwortet im Ruf des Teufels. Sprich, ich hab mich selbst angerufen. Ja, ja, ich komm ja schon. Ähm. Ähm. Oh. Okay. Auf den Jude darf ich nicht schießen. Glaub ich. Aber das sieht krass aus da oben. Gefällt mir hier. Schön dekoriert. Was hier noch? Was? Munition. Okay. Aber jetzt. Kein Telefon zum Rangehen? Nein. Wollt ihr nicht, ja? Der Ort ist echt crazy. Das gab mal Episode 2. Ich meine, was zur Hölle soll denn dann irgendwann... Sollten wir es jemand so weit schaffen? In Episode 3? Komm. Okay. Cool. Das sieht cool aus. Gefällt mir, ja. Aber was genau es ist. Das sehen wir erst beim nächsten Mal. Bis denne dann und... Ciao.